Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einem weiteren Breaking News Video. Es gibt weitere Entlassungen bei WWE. 12 Talents von NXT, 205 Live und auch aus dem Nachwuchsbereich wurden hier entlassen. Und darüber werden wir heute sprechen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag Kai. Ja, wunderschönen guten Tag. Wer hätte gedacht, dass wir jetzt so viel auf einmal zu Breaking News machen müssen? Hier jemanden entlassen, da jemanden entlassen, Verträge laufen aus, hin und her. Also es wird ziemlich wild momentan. Es wird nicht ruhiger und wir haben auch gestern noch gesprochen, also am Freitag und haben so scherzhaft gemeint, Mensch, crazy, wir hören uns am Wochenende gar nicht und schwupps, da sind wir schon wieder. Es ist wirklich eine Sache von einem Tag und da sind wir schon wieder. Ich dachte, ich habe ehrlich mal Ruhe, aber nix. Also anscheinend man muss wieder ein paar Plätze freimachen. Da haben sie gesagt, komm hier, den Kai in den Urlaub setzen, und dann war der Samstag wieder hin. Ja, so ist es. So sieht es aus. Ja, der Shaggy und ich haben gestern noch das Magazin gemacht. Natürlich, da behandeln wir unter anderem auch die Vertragssituationen um Adam Cole und Pete Dunne. Mit der aktuellen Situation hat das ganze Geschehen hier nichts zu tun. Also das hat bereits der Kollege Sean Ross bei Fightful komplett dementiert, dass irgendwo die Vertragsverhandlungen von Adam Cole in irgendeinem Zusammenhang mit diesen Entlassungen stehen. Das heißt ja, dass Adam Cole Backstage bei SmackDown anwesend gewesen sein soll und dort mit Vince McMahon eine Unterredung gehabt haben soll. Eine High-Level-Meeting, wie es so schön hieß, soll mit den Entlassungen hier nichts zu tun gehabt haben, sondern das ging eben in eine andere Schiene. Ja, und Kai, jetzt erst mal die Frage an dich, wie schon in der letzten Woche, wo wir hier über die Entlassung von Bray Wyatt gesprochen haben, wie war deine erste Reaktion? Das sind 12 Talents und da sind ja auch durchaus bekannte Namen und auch vor allem ehemalige Titelträger dabei. Also ich war erst mal verwirrt, dass schon wieder was passiert ist, weil ich werde wach morgens, gucke auf mein Handy, sehe, okay, Olaf schickt mir irgendeinen Twitter-Link, gucke ich mal drauf, vielleicht ist ja irgendwas Spannendes bei SmackDown passiert, wollte erst wütend zurückschreiben, oh, was spoilerst du mich? Und hab dann gesehen, ah nee, ist das eine Liste mit Leuten, die mal wieder entlassen wurden. Und hab dann den ersten Namen gelesen, beziehungsweise die ersten zwei Namen, Bobby Fish, okay, krass, Undisputed Era-Mitglied, schon schade, mochte ich irgendwie immer. Dann noch Bronson Reed, auch irgendwie komisch, weil North American Champion gewesen, eigentlich auch einen sehr dominanten Push gehabt, fand ich, jetzt gerade auch in der Fede mit dem Legado und sowas, der wurde ja sehr präsent eingesetzt, hat mich auch sehr gewundert. Dann natürlich auch viele Namen dabei, wie letztens irgendwie aus dem Tour of Five Live Roster, ein bisschen aus dem Developmental-Bereich, die jetzt gar nicht so groß und bekannt sind. Dann noch eine Mercedes Martinez, die wir ja letztens erst noch gesehen haben. Also es sind jetzt nicht so die Namen, wo es hieß, okay, Rusev entlassen, der, der, der. Aber sind schon so drei, vier dabei, wo man sich denkt, schade, auch Tyler Rust zum Beispiel, der jetzt ja in der Diamond Mine untergebracht wurde, die ja erst vor kurzem debütiert sind. Das sind so ein paar Sachen, die wundern mich dann schon. Ja, also da waren durchaus einige Namen dabei, die auch ein bisschen schockiert haben. Nicht so schlimm natürlich, wie schon in vergangenen Entlassungswellen, aber es ist trotzdem kein guter Tag gewesen. Das muss man hier an der Stelle ganz klar nochmal sagen. Und auch an euch natürlich da wieder der Aufruf. Also wenn ihr mögt, schreibt uns gerne eure Meinung natürlich hier in die Kommentare und lasst uns an euren Gedanken teilhaben, was diese ganzen Entlastungen und Entwicklungen angeht. Darüber werden wir dann ja auch im aktuellen Wochenend-Podcast sprechen. Nämlich da geht es auch unter anderem darum, ob wir hier eine Entwicklung bei WWE sehen, die so ein bisschen den Anfang vom Ende der alten WWE einläuten. Weil man hat ja langsam schon so ein bisschen das Gefühl, da scheint ja vielleicht auch dann doch eine gewisse Methodik hinterzustecken, vielleicht auch nicht. Da werden wir da drüber diskutieren. Da sitze ich mit der Meller und dem David dann hier zugegen und wir diskutieren das. Ansonsten, ihr wisst, wenn ihr bei YouTube unterwegs seid, gerne ein Abo dalassen, Daumen dalassen. Das hilft uns alles sehr. Aber du hast gerade richtig angesprochen, also hier sind Zwift-Talents entlassen worden und die werden wir dann vielleicht auch jetzt mal so in der Gänze vorlesen, einfach damit wir die Übersicht haben. Du hast gerade schon gesagt, Bobby Fish, Bronson Reed, das sind zwei. Dann Jake Atlas, Leon Ruff, Mercedes Martinez, Ari Sterling, Kona Reeves, Asher Hale, Tyler Rust und dann der Ringrichter, Steven Smith, Giant Sanjir und ein Performance-Center-Talent, Zachary Smith, ein ehemaliger Basketballer, den man unter Vertrag genommen hat. Ein sehr großer Mann, der wurde eben auch entlassen. Wir kommen hier auf zwölf Namen und Kai, du hast schon gesagt, natürlich die größten Namen hier eindeutig. Bronson Reed und Bobby Fish, Jake Atlas und auch Leon Ruff. Leon Ruff war ja auch zuletzt prominent dargestellt worden, als jemand, der hier North American Champion geworden ist, der da durchaus auch eine unterhaltsame Fähne gehabt hat. Irgendwo Mercedes Martinez, vielleicht nicht unbedingt mit dem glücklichsten Run irgendwo ihrer Karriere, um es mal vorsichtig auszudrücken. Erst die Sache mit Retribution irgendwo, wo sie da drin war, dann wieder draußen war und dann eben auch die ganze Entwicklung dann bei NXT. Hat ja zwar ihre Matches bekommen, aber hat da nicht wirklich jetzt so einen Eindruck anscheinend hinterlassen. Und was ich viel spannender finde als die Namen, da fangen wir vielleicht jetzt auch gleich mal mit an oder nehmen das mal mit rein, ist die Tatsache, dass der Pro Wrestling Insider namentlich Mike Johnson und Dave Scherer auf ihrer Website angekündigt haben, dass das anscheinend einhergeht mit Gesprächen über große Veränderungen bei NXT. Das impliziert zum einen ein neues Logo, neue Beleuchtung, ein größerer Fokus auf jüngeres Talent und auch ein ganz anderes Format für die TV-Show. Also Kai, wenn du das jetzt hörst, wir nehmen das jetzt einfach mal so als Grundlage, passen dann die Entlastungen hier für dich? Irgendwie natürlich schon, auch wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, als ein Junior, also ein Marcel Bartel, damals zur WWE gekommen ist, es gab ja auch immer das NXT-Roster an sich und dann dieses NXT-Performance-Center, was nochmal für sich selber so ein bisschen tourt, kleine Shows veranstaltet, Roster. Wo du natürlich diese Leute unterbringst, wo die ihre Matches machen können, wo die auch gewisses Exposure bekommen, auch vor Leuten auftreten. Das fällt ja durch Corona weg. Und wir haben es ja schon seit zwei, drei Jahren gesagt, die WWE hat ja im gewissen Zeitraum alles gesigned, was irgendwie ein Resthold machen kann. Egal, komm, Vertrag, alles klar, wir holen dich rein. Und man merkt jetzt mal, das zeigt ja auch allein schon, ich glaube, das wird jetzt auch nicht nur dir oder nicht nur mir so gehen, auch vielen Zuhörer und Zuhörerinnen, die diese Namen lesen, da sind dann auch Leute bei, die kennt man vielleicht gar nicht so. Man wusste vielleicht nicht mal, wie so ein Zachariah Smith, dass der unter Vertrag steht. Und dann sieht man eben, was da noch hinten alles dranhängt. Diese Leute, die werden ja nicht eingesetzt. Natürlich durch Corona können sie noch viel weniger eingesetzt werden, entwickeln sich vielleicht nicht so, dass man dann irgendwie schaut, wir brauchen die nicht, wir können sie nicht einsetzen, wir haben die irgendwann mal gesigned, jetzt lassen wir sie gehen. Was, glaube ich, da noch ein bisschen mehr dazugehört, als jetzt Entlassungen wie Bobby Fish und Bronson Reed, wo ich dann sage, Bronson Reed verstehe ich wirklich nicht, dass man den jetzt gehen lässt. Und Bobby Fish, da könnte man auch sicherlich noch Backstage irgendwas mitmachen, weiß ich nicht, Trainerrolle, also der Mann ist 44, der hat schon ein bisschen gecatcht in seinem Leben, der wird sicherlich dem einen oder anderen noch ein bisschen Erfahrung mitgeben können, denke ich mir. Das sind dann eher Sachen, die mich so ein bisschen verwundern und das wirkt eher wie, wir dünnen das Roster mal aus mit Leuten oder mit Developmental Talent, was wir gar nicht mehr so wirklich brauchen. Ein bisschen. Ich finde, wir haben hier einen Kontrast zwischen so zwei Gruppen. Zum einen hast du natürlich den Teil an Talent, wo man sagt, Mensch, die waren doch jetzt kürzlich noch aktiv und die haben auch irgendwie eine Rolle gespielt. Du hast Bronson Reed angesprochen. Den hatte man relativ stark positioniert. Der hat ja sogar Darkmatches gehabt, hat bei B-Shows quasi, bei WWE gekämpft. Da haben wir gedacht, dass der gemeinsam vielleicht auch mit Karrion Kross debütiert. Ich meine, jetzt ist er gefeuert. Die Frage ist, was ist besser, die Karrion Kross-Position oder eben, dass er jetzt... Weil er darf gefeuert werden. Wie gesagt, Spaß. Nein, aber das war für mich schon eine Überraschung, weil der natürlich schon auch dem NXT-Produkt recht gut getan hat. Das war ein, wie der Kollege Martin Hoffmann heute bei Twitter geschrieben hat, ein zeitgemäßer Big Man irgendwo, der sich bewegen konnte. Nicht unbedingt die Charisma-Bombe gewesen ist, aber der auf jeden Fall eine Ergänzung innerhalb des Rosters gewesen ist und da eben auch noch aktiv gewesen ist. Bobby Fish war auch diese Woche noch aktiv, hat gegen seinen ehemaligen Undisputed-Error-Kollegen Roderick Strong gekämpft. Klar, 44 Jahre, viele Verletzungen, kann man auf eine gewisse Art und Weise vielleicht nachvollziehen, wenn man den Rotstift ansetzen möchte, dass man dann sagt, der fällt jetzt gerade bei der Andisputed-Error natürlich auch hinten über. Für Roderick Strong hat man eine Rolle gefunden, für ihn anscheinend nicht. Als Einzelwrestler ist Bobby Fish vielleicht auch nicht so spannend. Kann man dann eben durchaus sich das überlegen. Du hast natürlich hier Tyler Rust angesprochen. Das ist für mich auch eine Überraschung. Das ist eine Sache, da würde ich gerne kurz einhaken, die mich so ein bisschen wundert, weil was wir immer kritisiert haben, gerade auch bei diesen Man-Ruster-Entlassungen, sei es ein Black, sei es jetzt ein Bray Wyatt, dass es immer hieß, da war was geplant und dann wurde er doch entlassen. Black debütiert, wird entlassen. Beim Wyatt hieß es auch, ah, der kommt jetzt zurück, der ist wieder gecleared. Also das heißt, wir arbeiten an einem Comeback, wird entlassen zum Beispiel. Und bei NXT habe ich vielleicht auch in meiner, weiß ich nicht, rosa-roten Fanbrille, Triple H der Gute, Vince McMahon der Böse, hat man ja immer diese Denke drin, zumindest ist es bei mir so, NXT hat einen längeren Plan. Da steckt ein System hinter, das ist nicht nur eine Fede, die ist von heute bis gestern geschrieben oder von gestern bis heute eher gesagt. Und jetzt gerade wirkt es so, man baut diese Diamond Mine auf, man packt dann Tyler Rost rein, der wird jetzt entlassen. Bobby Fish kämpft, der wird entlassen. Und das nimmt dann diese Züge an, die dann auch Entlassungen aus dem Man-Roster hatten. Und das finde ich dann wiederum komisch, weil man dachte ja immer, oh, NXT, das ist so, da ist dann der Papa hinter, da ist dann der Triple H, der macht sich da Gedanken, vielleicht auch natürlich ein bisschen Fan-Wunschdenken, aber das zeigt jetzt auch, dass da auch nicht wirklich viel sicher ist. Man denkt sich, oh, Bronson Reed, toll, der kriegt seinen Push und auf einmal ist er auch weg. Also ich glaube einfach, ich hätte richtig viel Schiss da jetzt zu arbeiten. Und bei NXT hätte ich mich dann noch vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen sicherer gefühlt, weil ich dachte, wenn man mir hier ein Programm gibt, dann wird man auch mit mir planen. Und jetzt gerade wirkt es, egal wo du bist, ja, morgen klingelt der Telefon und kann es weg sein. Ja, so ein bisschen wirkt das so. Und da haben wir auch im Wochenend-Podcast darüber diskutiert, dass das natürlich auch für die Arbeitsmoral im Roster echt nicht besonders gut ist, wenn da ständig der Hammer kreist und alle paar Wochen irgendwie zehn, zwölf Leute mal eben weg sind. Ich meine, WWE hat natürlich Talent quasi gehordet, wie man so schön im Internet-Slang sagt. Natürlich waren hier auch ein paar Figuren und ein paar Talente dabei, die ein bisschen stale gewesen sind. Krona Reeves hatte immer mal wieder so seinen Auftritt gehabt, hat man ja versucht, debütieren zu lassen, hat nicht funktioniert. Dann hat man wieder neu gepackagt und irgendwie hat das alles nicht geklappt. Aber wir haben eben auch Talent dabei, auch von Tour of Life gerade hier ganz viel. Die sind erst gerade seit Ende letzten Jahres dabei. Also Aries Sterling zum Beispiel ist da jemand, Alex Zane. Klar ist der 34, aber ist halt trotzdem erst seit kurzem dabei. Asher Hale übrigens auch genauso. Der ehemalige Anthony Henry. Und das finde ich schon, ja, schon überraschend, dass man da gar keinen langen Atem hat und zugleich dann eben wieder hier auch teilweise in die aktuellen Storylines einfach reingrechtscht. Also da muss jemand ganz krass den Rotstift angesetzt haben. Jack Atlas auch ein Beispiel. Da hat der Kollege Alex McCarthy von TalkSport noch geschrieben, dass er vor zwei Tagen noch ein Interview mit Jack Atlas gehabt hat, rund um NXT, um seinen Run und all das, was damit zu tun hängt. Und auf einmal ist er entlassen. Und also A, natürlich für Alex irgendwie doof, weil das Interview ist dann quasi schon null und nichtig irgendwo. Aber zum anderen natürlich auch, also der gute Jack Atlas muss ja auch einfach von jetzt auf gleich quasi davon erfahren haben. Also es gibt auch keine Vorwarnung oder irgendwas. Und jetzt möchte ich aber trotzdem ganz gerne mal von dir wissen, was hältst denn du von dieser Theorie beziehungsweise von dieser Ankündigung hier von Scherer und Johnson, dass sie sagen, NXT wird quasi gerebrandet, wird wieder stärker als Developmental-Bereich angesehen, wird wieder ja mit jungen Talent wieder stärker gefüttert werden. Wie siehst du das? Weil, sind wir ehrlich, wir sind auch in den letzten Monaten nicht wirklich 100% zufrieden mit dem NXT-Roster gewesen, mit dem, was da präsentiert worden ist. Das stimmt. Ich weiß noch nicht, was ich mir darunter vorzustellen habe. Also dann heißt, es geht wieder mehr in Richtung Anfang oder mehr in Richtung Developmental, weil klar, es ist die dritte Brand, das haben wir schon ganz oft gesagt, es ist irgendwie die dritte Brand, aber es ist trotzdem immer noch Developmental. Das war immer das Hin und Her. Die werden ja trotzdem immer noch ihren TV-Deal haben, denke ich mal. Die werden ja auch noch abliefern müssen. Und die werden ja auch mit gewissen Namen Quote ziehen müssen. Und wenn es einfach sagt, wir schmeißen da jetzt 20, 25-Jährige rein oder wir schmeißen da jetzt irgendwelche Leute rein und gucken, was passiert, wie sie das damals machen konnten, weil du warst dann da irgendwo im, war das nicht auf diesem Unicampus oder wo war das? Weiß ich gar nicht mehr, wo sie damals saßen. Und wir haben da unsere, ich weiß nicht, 1000 Zuschauer oder so, aber Full Sail. Full Sail, genau. Wir haben unsere 1000 Zuschauer, wir können da mal so ein bisschen ausprobieren. Das fällt jetzt ja trotzdem weg, weil du hast dein TV-Deal, du musst Quote ziehen. Deswegen bin ich mal gespannt, was man sich unter diesem Rebranding vorstellt, weil NXT ist ja trotzdem eine etablierte Marke irgendwo, auch in den Köpfen der Fans. Und daran hast du lange gearbeitet, dass das diese Marke ist. Wir denken an die Arbeit von Samoa Joe, von Kevin Owens, von Sami Zayn, auch damals Neville, Seth Rollins, keine Ahnung, nenn wen du willst. Und da jetzt ein gewisses Rebranding reinzupacken und sagen, ja, wir machen uns jetzt einfach nochmal alles in den gleichen Farben, aber ein bisschen anders an. Weiß ich nicht mal, ob das eine schlaue Idee ist, da jetzt so viel umzuwerfen. Also vielleicht nochmal ein bisschen mehr in Richtung junges Talent zu gehen, kein Problem. Ist ja auch was Vernünftiges, kannst gute Leute nachholen, aber ich glaube nicht, dass das das Problem ist, was wir gerade mit NXT haben, sondern eher, dass es da gerade nicht weitergeht. Aber das liegt nicht daran, dass man NXT an sich ändern muss, sondern, dass man das Programm verbessern sollte. Ja, also man hat natürlich jetzt auch wieder kräftig eingekauft, man muss sich ja nur das Breakout-Tournament anschauen, weil da noch alles quasi in der Hinterhand ist. Zugleich sehe ich aber zum Beispiel auch die Position von 205 Live derzeit als sehr kritisch an, weil gefühlt ist da bald gar nichts mehr. Nee, da kannst du auch verlassen, also ganz ehrlich. Genau, das ist halt die Frage. Produziert man das überhaupt noch weiter? Legt man den Fokus wieder auf was anderes? Was wird aus NXT? Also bei NXT muss man sagen, ist jetzt noch kein Not am Mann so in dem Sinne, weil man hat natürlich noch genug etabliertes Talent. Klar, Bronson Reed und vielleicht auch Bobby Fish und Jake Atlas. Leon Ruff war auch eine schöne Personalie. Also ich mochte den immer gern. Ich fand, das war ein talentierter Mann und hat innerhalb der Geschichte, die er gehabt hat, hat der supergut für mich funktioniert. Klar, gerade das mit Priest und Gagano, das mochte ich halt wirklich sehr, sehr gerne, das Match. Ja, genau das, das meine ich ja. Ob das jetzt so der neue Jungenbrunnen für NXT wird, das weiß ich nicht. Aber es sieht für mich sehr stark danach aus, als würde man hier dann tatsächlich auch einen anderen Weg gehen wollen, wo du quasi eine kleine Gruppierung von etablierten Stars hast und dann drumherum natürlich neue Leute. Also für die Mitarbeiter stelle ich mir momentan absolut schwierig vor, da bei BWE unter Vertrag zu sein, weil du nicht damit rechnen kannst, wie lange du jetzt überhaupt noch da angestellt bist, wie lange du noch dein Geld verdienst. ich würde hier diese Budget-Cuts, die ja zuvor sehr oft als Grund vorgeschoben worden sind, die kann ich mir hier an der Stelle nicht so recht vorstellen, weil wir wissen, dass NXT-Talent nicht besonders viel verdient und auch Performance-Center-Talent noch viel weniger verdient teilweise. Also von daher, das, was jetzt hier dann an Geldern eingespart wird, das ist wirklich nur eine kleine Summe und entsprechend glaube ich nicht, dass das damit zusammenhängt. Ich glaube tatsächlich, dass hier eher das Roster ausgedünnt werden soll, weil man vielleicht was anderes plant und dass man hier irgendwie die Shows vielleicht umstrukturieren möchte. Beziehungsweise auch ein bisschen aufräumen vielleicht. Dieses, also jetzt doof das so zu sagen, weil es geht hier um Jobs von Leuten, aber so ein paar Karteileichen entfernen. Du denkst, ja, wir haben die mal gesigned zum Beispiel. Also wir haben die mal gesigned und hatten da gedacht, vielleicht wird das was, wurde dann aber doch nichts. Und vielleicht haben sie auch dann die Lust verloren, da noch was reinzustecken, haben gesagt, so, der hatte jetzt ein, zwei Jahre Zeit, ist nicht das geworden, kein Bock mehr. Also das ist natürlich ein ganz toxisches Verhalten, aber ich glaube jetzt auch nicht unnormal in den WWE-Kreisen. Von daher sind wirklich die Sachen, die mich dann eher überraschen, muss man ganz klar sagen, dann ein Bronson Reed, ein Bobby Fish, Tyler Rust, so was. Ja, das sehe ich auch so und an der Stelle vielleicht auch noch mal so ein paar Reaktionen von Wrestlern, die es dann auch auf Twitter schon gegeben hat. Es gab da durchaus einige, also zum Beispiel hat sich Bronson Reed schon zu Wort gemeldet und hat auch das bestätigt, dass er entlassen worden ist. Also ich wurde so eben entlassen, aber das Monster ist jetzt wieder frei und ihr werdet es kaum erwarten können, was da zu sehen ist, so in dem Sinne. Also der macht direkt die Ankündigung Hat er ja auch AEW, Impact, New Japan und keine Ahnung wen verlinkt. Genau das, die hat er gleich mit markiert, einfach mal so im großen Rundumschlag. Asher Hale hat gesagt, ich habe viel zu sagen, aber wenn ich dazu bereit bin und im Moment ist noch nicht die Zeit. Also auch er ist ja einer von den Leuten, die erst vor kurzem gesigned worden sind. Also in seinem Twitter-Profil ist er noch in dem, ja, diesem typischen Performance Center-Shirt irgendwo zu sehen und das ist noch nicht allzu lange her und das finde ich auch so bitter, dass Leute wirklich teilweise noch nicht mal ein Jahr an Bord sind und dann schon entlassen werden wieder. Wir haben den Blue Mini, auch einen ECW-Veteranen und der hat auch gesagt, Leute, es tut mir sehr leid quasi für alle, was da passiert ist, aber denkt dran, das ist nicht das Ende, das ist nur ein neuer Anfang und macht das Beste draus. Andere Wrestlerin, Lady Frost, hat sich hier zu Wort gemeldet und da geht es in die Richtung Mercedes Martinez, dass sie sich, ja, dafür bedankt, für die, für die Coaching-Stunden quasi, auch dafür, dass Mercedes Martinez sie da ordentlich reingenommen hat, aber auf eine respektvolle Art und Weise. Tough Love fällt hier und auch, sie bezeichnet dann Mercedes Martinez als ja Anführerin und als ein echten Profi, also da gibt es auch sehr viel Liebe in diese Richtung. Casey Lee meldet sich hier zu Wort und richtet da das Wort vor allem nochmal an Bronson Reed und sagt eben, Mensch, der ist so talentiert und dem sollte eigentlich die Welt zu Füßen liegen. Und vielleicht das wichtigste Zitat, was bis zum Zeitpunkt der Aufnahmen hier zu finden gewesen ist, war das von Chris Jericho und der hat einfach geschrieben, ich glaube, jetzt ist es mehr als offensichtlich, AEW ist die beste Pro-Wrestling-Company in der Welt heutzutage, nicht nur für die Fans, sondern auch vor allem für die Performer. Nichts kann uns aufhalten und dass das natürlich dann kurze Zeit nach der Bekanntgabe der Kündigungen hier online geht, ist natürlich auch wieder ein kleiner Seitenhieb und ja, es ist teilweise auch so und natürlich, wir haben es gerade angesprochen, es herrscht Unsicherheit im Locker Room, Leute werden nach kürzester Zeit entlassen, manche Leute werden natürlich auch, hat man durchgezogen quasi über eine gewisse Zeit und hat sie jetzt entlassen, andere stecken noch in Storylines und werden entlassen, also das sorgt nicht gerade unbedingt für bessere Stimmung, sowohl bei den Wrestlern und Wrestlerinnen natürlich, aber auch nicht bei den Fans, oder Kai? Ja, ganz klar, also das ist komisch, weil das ist momentan eine Diskussion, die auch gerade durch das Adam Cole-Thema sehr viel im Freundeskreis, im Privaten führt, also ich habe auch mit meiner Freundin drüber gesprochen oder jetzt auch mit anderen Kollegen, ich finde es heftig, weil du hast momentan, ich spreche ein bisschen übertrieben, als WWE nichts, was für dich spricht, um jemanden zu halten, also weil, selbst wenn jetzt, wenn die jetzt sagen, okay, wir wollen nicht unbedingt haben, du kriegst einen 2-Millionen-Dollar-Vertrag, das kann sein, dass die sagen, in drei Monaten, ja, machen wir nicht mehr, also, weil dir kann ja das Blaue vom Himmel versprochen werden und dann heißt es auf einmal, ja, wir brauchen dich nicht mehr, du hast keine Sicherheit, das wirkt dadurch super unattraktiv, also weil klar, du bist immer noch die WWE, du hast Prestige, aber du willst ja auch als Performer, ganz hoff gesagt, als Arbeitnehmer, der du bei der WWE ja übrigens nicht bist, willst du ja eine Planungssicherheit haben und wenn es dann einfach heißt, ich kann jetzt den dicksten Vertrag unterschreiben, der kann aber nächsten Monat wieder aufgelöst werden, also, das ist super unattraktiv und das finde ich krass und das ist ein hausgemachtes Problem und eigentlich gönne ich es auch der WWE damit, dass sie damit richtig doll auf die Schnauze fällt, weil das ist eine ganz schlimme Art und Weise, weil ich will auch nicht wissen, wie sich da jetzt Wrestler fühlen, Backstage und wie viel Angst da auch herrschen muss, ich finde das ganz, ganz schrecklich. Auch für die Leute, die entlassen worden sind natürlich, also die haben Familien zu ernähren und so weiter und so fort, laufende Kosten sind weiter da, es hieß laut Fightful, dass die meisten davon wohl diese 90, diese 30 Tage nur Compete-Klausel haben, das heißt, die dürfen dann schon in einem Monat wieder aktiv sein, dürfen jetzt quasi schon wieder auf Jobsuche gehen, das heißt, da wird wahrscheinlich diese Spanne nicht mehr so riesig groß sein, aber dadurch, dass jetzt so viele entlassen werden, ist natürlich auch eine unglaubliche Talentschwemme auf einmal da, also wo wir vorher gesagt haben, oh mein Gott, es ist zu wenig, jetzt auf einmal wird es halt immer mehr, auch das könnte natürlich problematisch werden, also es ist eine interessante Entwicklung, es ist manchmal auch ein bisschen eine besorgniserregende Entwicklung, die wir hier haben, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir in den kommenden Wochen noch mehr als eins von diesen Videos machen, um auf aktuelle Entwicklungen einzugehen, Kai. Ja, das glaube ich auch, also ich glaube, das sind nicht die letzten Namen, bei denen der Rotstift angesetzt wurde. Jo, wir werden sehen, wie das sich in Zukunft entwickelt, wie gesagt, schreibt gerne eure Kommentare hier unten bei uns bei YouTube rein und natürlich auch bei Patreon und bei Steady, könnt ihr die gerne hinterlassen, oder schaut bei uns auf dem Discord-Kanal vorbei, da wird bereits heftig diskutiert, auch was gerade das eigene Verhältnis zu WWE angeht, also schaut da gerne vorbei, aber immer dran denkt, immer fair bleiben, also nicht da über den, nicht über die Grenzen hinweg schlagen des guten Geschmacks irgendwo. Und bitte Fakten checken vorher und am besten noch mit Quellen gucken, nicht irgendwie so, mein Bruder hat gesagt, der wurde entlassen. Genau das, aber ich glaube, Kai, dann sind wir auch durch hier mit dem aktuellen Stuff. Mal gucken, ob wir uns dann morgen wieder hören. Momentan weiß man es nicht so genau, wann das hier wieder soweit ist, aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der Stelle, habt euch hier durch uns gut informiert geführt, das ist ja das Wichtigste und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei und supportet uns da, damit wir auch so ein Kram wie hier dann einfach noch häufiger machen können. In dem Sinne sage ich, schaut beim Wochenend-Podcast natürlich dann auch rein, der jetzt am Sonntag erscheint und ja, genießt das Wrestling. Es passiert momentan sehr viel, habt Spaß da dran und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, Tschüss. Ciao. – Musik – Musik